Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Conquer's Bad Verde ja ich habe jetzt mal alles Geld noch gesammelt was ich so gefunden habe und habe jetzt 2.110 Dollar und mal schauen was er jetzt sagt hier Prozent Prozent nein nicht wirklich nicht wirklich was ja fahrt ja lass uns eine fahrt machen ähm wow wow nicht so schnell da Prozent leider Bienen stock okay nichts passiert ouch gut er schläft Prozent 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 ich muss es lange weg gewesen sein es ist nacht ja ist mir egal ob Nacht ist oder Tag oder weiß ich nicht was es sonst noch gibt aber ich schwimm jetzt hier rein mal schauen natürlich natürlich bin ich jetzt hier eingesperrt oh nein ich glaube nicht dass ich da wieder zurückgehe nee glaube ich auch nicht Conquer es gibt hier es gibt hier gar nichts und da kann ich schwimmen schwimmen da ist eine Insel da ist eine Insel eine Laterne ich hab Angst sind das die da ist der Tod sind das die Katzenfische in hallo ein Tod das machst du da Kopf angehauen ich kann es nicht glauben die Erfüllung passen ich zeig's euch ich hab sie schon wieder verpasst verdammt ja ja du fängst diese Fische eh nie hey Tod muss ich die jetzt fangen? äh die Strömung ist zu stark äh keine Ahnung äh Conquer schwimm gegen die Strömung an bitte es knarzt ziemlich hier ich geh einfach mal weiter mach das Tor auf nicht ich hab Angst das klingt unheimlich da sehr unheimlich mit bledermaustotenköpfen äh tot kann ich dir irgendwie helfen? nicht okay tschüss kann ich da hinschwimmen ganz langsam ganz langsam aber vorsichtig ganz langsam ah die Strömung hier irgendwie doch ganz langsam ne die wollen offenbar nicht dass ich da hingehe ne ne ich ich dem jetzt echt helfen die Fische zu fangen das ist fast nicht mühsam da nehmen sie doch du bist echt zu langsam äh das sieht cool aus äh das sieht cool aus komm kommt schon ich will euch doch nur fangen nicht mich blöder Typ schnapp sie dir doch wenn sie da sind ich habe nämlich keine Ahnung wie ich das schaffen soll nein die Strömung ist zu stark ich muss sie wahrscheinlich irgendwie dahin locken indem ich den hinterher schwemme aber tu es doch hm jetzt wären alle da jetzt ist wieder keine da die die Strömung durch mich sofort hier hin ich kann nicht tauchen ich kann nicht mal wirklich schwimmen seht ihr das ich kann nicht schwimmen nicht gegen diese starke Strömung geh mal da hin geh mal da hin ich den so hinterher schwemme nicht mal so fängt der ein Fisch nicht mal so fängt der ein Fisch ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung was sind die eigentlich? die sind unter Wasser aber jetzt ja jetzt wenn die da sind macht der natürlich wieder nix hä? ist doch ne kacke ja wenn die da sind macht der nix was soll ich dir denn helfen? ich kann dich da reinschubsen oder auch nicht? da hat er was dagegen ich kann den nicht hauen ich kann den nicht hauen wirklich schwimmen kann ich hier unter Wasser nicht ne da ziehts mich sofort nach da hinten ne da ziehts mich sofort das geht nicht Leute, ich probiere mal ein bisschen rum. Bis gleich. So, Leute, ich habe mich ein wenig umgeschaut. Und ich kann dem Typen da nicht helfen, die Katzen einzufangen. Ich muss hier den Hebel ziehen. Und dann geht das Tor auf. Muss man ja auch mitteilen, oder? Ich kann auch keine Gedanken lesen. Ach, ne, von da bin ich gekommen. Beim ersten Mal muss ich wieder hier hoch und dann durch das komische, große Tor. Ich hasse die Strömung hier. Und rüber. rüber da. Rüber da. Hei tot. Viel Spaß beim Angeln. Schaffst du doch sowieso nicht. Oh, du schon wieder. Warum verpisst du dich nicht? Sehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich glaube, du wirst da hoch, nicht wahr? Ich glaube, du wirst da hoch, nicht wahr? Da ist viel Geld. Von deinen Verwandten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Blöde Untote. Ich weiß nicht. Blöde Untote. Untot. Was ist der verdammte Punkt? Ich weiß nicht. Du kennst ja ein bisschen Hilfe. Du kennst ja ein bisschen Hilfe. Also hab ich das. Uh. Ich hasse die Untoten. Ich hasse sie. Das... Das einzige, was sie tötet, ist ein Kopfschuss. Nicht mehr. Nicht weniger. Okay, cool. Danke. Eine Shotgun, ja. Ich mag... Das wird Zombies nicht, aber... Okay. Und das war das von meinen Vorfahren? Oh. Untote Vorfahren. Wenn sie... Wenn sie untot sind, sind sie ja doch irgendwie tot. Wie? Kann schon ein Hul... Oh. Wollen ein Haufen untoter Typen sein? Die sind untot. Naja. Ja, Bee. Was soll's gehen? Okay, ich geh mal bewaffnet da rein. Kann ich zielen? Ne. Okay. Okay, die kann er einmal feuern und dann muss er... Nachladen. Wie soll ich einen Kopfschuss machen, wenn ich... Nicht zielen kann? Okay, ich kann zielen. Wie ging jetzt das nochmal mit dem Zielen? Okay. Okay. Ich möchte mal was ausprobieren. Nein. Ich... Schieße zwar eigentlich nicht gern auf Tiere, aber... Ich bin es aus. Ne, die kann ich offenbar nicht abknallen. Okay. Okay. Ich wollte es nur mal probieren. Ich überlasse die dem Tod. Und schlag mich hier mit den... Zombies rum. Zombies. Rape. Ach du verdammte Kacke. Da sind sie schon. In den Kopf hat er gesagt. Ha. Komm mir doch nicht so nah. Wo war jetzt der andere? Da war doch grad noch einer. Wo ist der... Wo ist der jetzt? Ich weiß nicht. Ich höre ein... Baby. Nein. Wo? Hey, verdammte Kacke. Hey. Ich kann nicht springen. Warum kann ich nicht springen? Warum kann ich nicht springen? Okay, tot. Mach ich jetzt auch als Zombie wieder auf? Ne, offenbar nicht. Okay, das ist ein bisschen Kacke. Ein bisschen zu schnell dieser Viecher. Ich habe ja noch genügend Leben. Ich habe ein paar eingesammelt, als ich das Geld gesucht habe. Kennen wir. Hier. Wie soll ich? Wie soll ich das? Ich kann hier einfach durch, wollte ich gesagt haben. Okay, das ist gar nicht so einfach. Die sind ziemlich schnell, diese verdammten Zombies. Das könnte ein bisschen tricky werden. Ich laufe hier mit geladener. Ich kann nicht mit geladener Waffe rumlaufen. Ist ein bisschen schade, dass ich nicht hier zielend durchlaufen kann? Nein. Hey, schieß doch. Hey, ich kann nicht mal zielen. Die werden gleich auf mich los. Und warum... Hey. Schieß einfach. Ey, verdammte. Verarsch mich doch nicht. Ey, wie soll ich das anstellen? Wenn ich ziele, dreht sich die Waffe hinter mich. Also die Kamera dreht sich um 180 Grad. Obwohl das sie weiterhin nach vorne ziehen sollte. Das ist doch nicht wahr. Ich bin nicht gut im Schießen. Nein. Sie hat mich. Hey. Was... Was? Was zur Hölle war jetzt das? Ich kann mal hier hoch. Hey. Komm, was... Ihr hier. Hey, wie soll ich das machen? Ja, klar, ihr habt mich... Ey! Die Kamera dreht sich einfach im Kreis und im Kreis und im Kreis. Und Konka bewegt sich gar nicht. Ey, diese Kameraführung ist schon ein bisschen kacke manchmal. Typisch Nintendo 64. Nimm die Waffe raus. Wie auch immer, er jetzt daneben geschossen hat. Einfach schnell feuern. Okay. Ein paar hätten wir jetzt. Ich geh mal zurück. Okay. Zwei weitere. Ich wage mich nicht zu schnell vor. Verdammt, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich will hier rein. Verdammt, da kann ich nicht rein. Kann ich die Grabsteine abknallen? Ne. Hey, dieses Baby geheul. Wo ist noch einer? Da! Waaah! Verdammt! Hinter mir! Tschüss! Tschüss! Ich kann so viele Zombies nicht auf einmal erledigen. Die sind viel zu schnell. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen sollte. Es sind viel zu viele. So viele Zombies sind echt nicht mehr lustig. Ich hol eine Waffe raus. So, ein paar sind tot. Ich komme von allen Seiten. Hä? Wie soll ich das? Ich... Verdammte Scheiße, echt. Ich habe keinen Bock mehr.